What? What? Alter, was ist denn bei ihm kaputt gegangen? Hallihallo, hier ist der Guzoa wieder. Ich habe wieder etwas gemacht und jetzt sind alle Bauarbeiter wieder am Arbeiten. Ich habe hier Gold und LX gerade rausgehauen für die verborgene Tesla von 3 auf 4. Und hier eben auch, dass man nochmal ordentlich raushaut. Weil ich sitze echt da und denke mir, was will ich mit dem LX machen? Mit dem LX kann ich echt gerade gar nichts anfangen. Deswegen nutze ich dann schon immer den Rage in Verbindung mit den Boogies. Vielen Dank an den Abonnenten, der mich darauf hingewiesen hat. Mit dem, ja, bau doch deine Boogies aus. Ich weiß nicht, ob ich es im letzten Video schon mal gesagt habe. Ich habe das echt verpennt. Ich habe das echt verpennt. Ich dachte mir, oh, wo soll ich hin mit dem LX? Möglichst viel auf einmal wegballern. Ja, hm, kann man natürlich machen, indem man einfach den Drache upgradet. Ja, und dann fiel dem Abonnent halt auf. Ja, du machst ja viel mit Boogies. Warum machst du denn nicht Boogies höher? Vollkommen richtig. Also Daumen nach oben an den Abonnent. So, jetzt hier noch gequatscht. Richtig, wir wollen hier was sehen. X-Ray 1 haut rein und sagt auf Master eine Verteidigung. Dann wird er so höchstwahrscheinlich gewonnen haben. Ganz typisch halt. Riesen vor, Mauerbrecher hinterher. Gucken wir mal, was hier genau passiert. Ah, hier, ihr seht selber. Hier, das ist natürlich schon der Gewinn. Das ist wirklich richtig viel wert. Max Magier, die ballern natürlich richtig was kaputt. Also da sind die Boogies natürlich total in der Unterzahl dann logischerweise. Und können da nichts gegen anhaben, ganz klar. Zumal er jetzt in dem Fall der Gegner nicht mal ein Poison-Spill dabei hat. Da ist das dann ein bisschen schwierig. Und guckt mal, was er jetzt für Truppen erstmal droppen muss. Um die dann wirklich... Obwohl er sie hier noch wirklich relativ gut gekillt hat. Das hätte noch um einiges schlimmer aussehen können. Aber wie gesagt, da seht ihr es halt wirklich. Die CB ist halt echt wichtig. Da sind doch garantiert Fallen, oder? What? Ich hätte gedacht, da werden Fallen. Aber gut. Aber... Mir fehlt auch gerade echt so ein bisschen die Idee, warum der White Devil den X-Ray 1 angreift. Klar, wie gesagt, logisch, Loot-mäßig ist jetzt nicht so der Burner. Also, dass da jetzt wer weiß was zu holen wäre. Aber ist er natürlich in Meister 3 alleine vom Liga-Bonus super dabei. Das ist kein Thema. Aber... Warum... Greift der so krass Fail an? Weil... Das ist ja eigentlich schon ganz schön hart gefailt. Ich meine... Ich könnte mir vorstellen, was los ist. Und zwar würde ich denken, er hat eventuell vergessen... Seine Helden... What? 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 Alter, was ist denn bei ihm kaputt gegangen? Er hat es ja mal richtig drauf gehabt. Ich meine, der wollte Alex loswerden, wa? So... Ihr hört wieder... Ich quatsch wieder was lauter, weil ich wieder... Ja, äh... Es 12 Uhr 24 habe. Und deswegen natürlich... Keinen Stress mit meinem Nachbarn kriegen kann. Boah, aber wie gesagt, das... Denke ich, wird sich... Hier bald eher erledigt haben halt mit der... Mit der... Unterkunft, weil ich mir eben etwas anderes suchen möchte. Also wenn einer... Kann ja sein, man weiß ja nie. Connection kann ja immer mal gar nicht so schaden. Vitamin B schadet nur dem, der es nicht hat. Folgende Sache, wenn einer in Altona, Ottensen, Barenfeld, wie auch immer... Irgendwie... Kann ja sein, jemanden kennt, der sagt... Warum geblitzt? Warum blitze ich die Zauberspruchfabrik? Ich glaube nur, weil es ein Fehldrop war. Nee, aber wie gesagt, wer in dem Bereich jemanden kennt, der wohnungstechnisch was am Start hat, kann ja sein, was weiß ich. Ich habe einen YouTube-Abonnenten, der sagt, ach hier, mein Vater hat da und da eine Wohnung. Kann ja... Was weiß ich, kann ja alles sein. Dann darf man sich gerne bei mir melden. Und... Es reicht was ganz Kleines. Ein kleines Zimmerchen, dann wäre ich schon zufrieden. Und ich brauche... Oh, nice! Sehr... Geiles Zeug. Und hier sehen wir aber auch wieder... Randvolle Sammler... Nicht Randvolle... Na gerade da denn... Also... Wird kein Mekka-Video... Wird kein Mekka-Video, keine Sorge. Aber dann... Ganz, ganz wichtig. Wenn ich sehe, Sammler, Minen sind da komplett voll, dann gehe ich da zuerst ran. Weil das wirklich ein enormst großer Unterschied ist zwischen... Halbvoll... Und so... Hm, geht so nicht so ganz voll. Und wie auch immer. Also wisst ihr, was ich meine. Also da wirklich dann auf die vollen, komplett vollen Sammler und Minen und dann... Geht das ab wie Schmidts Katze. Kennt ihr das noch? Also sagt man das noch jetzt mittlerweile umgangssprachlich? Das geht ja ab wie Schmidts Katze. Wenn irgendwas extrem schnell... Geht... Dann... Heißt das... Oh, was? Oh, was? Ja... Du hast jetzt gerade so mächtig auf dem Hintern bekommen. Boah, den hätte ich ja... Ganz ehrlich, den hätte ich ja nicht gepostet, weil es mir... Ah, okay, du hast nicht so viele Troops gehabt. Oh, ist das ärgerlich. Ja, okay. Ja, ich hatte meine Truppe nicht bei. Ja. Oh, übel. Das ist echt krass gewesen. Ribéry, FCB, Franck Ribéry, richtig? Wenn ich nicht ganz falsch liege. Boah, aber ich... Ich sag's nicht gerne, aber... Der ist hässlich wie die Nacht! Der mag gut spielen können, das kann alles sein. Aber... Der ist doch echt hässlich wie die Nacht. Jetzt werden andere unterschreiben, ja, du bist selber nicht so der Schönste. Ah... Doch. Ganz eindeutig. Ne, also wie gesagt... Der ist wirklich so... Ziemlich... Aber wie gesagt, das wird ihn auch irgendwie wenig interessieren. Der wird sich sagen, hey, yo... Fußball ist meins und ich hab die Kohle und von daher passt das alles schon. Also von daher läuft... Ja, also auf jeden Fall hast du so gespielt, wie er Fußball spielt. Also von daher warst du da keine Blamage für seinen Name. Passt also auf jeden Fall. Weiter geht's. 4K-Dunkles ist sehr nice. Ist sehr, sehr nice. Jetzt kurz Dorf analysieren. Also... Klar, beide Bohrer voll. Das sehe ich. Dann... Ja, genau, genau. Weil ich dachte mir gerade... Die... Truppenzusammenstellung... Und 4K-Dunkles... Wie bitte? Also kann nur sein... Alle drei dunklen Bohrer. Jetzt bin ich echt gespannt. Also er wartet noch und... Guckt noch... Ja, okay... Wie gesagt, das mag ich eh. Langsam nicht so... Bam, 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 bam... Sondern wirklich... Langsam, gechillt, gucken... Wo kann ich... Wo sind Fallen... Einwandfrei... Per... Das ist... Das ist... Ganz ehrlich... Ja, jetzt sagt die bestimmt... Aber wie... Guck mal, ganz ehrlich... Sonst kann man sich auch... Bei jedem anderen... Irgendein Video von irgendeinem Raid angucken. Ich mach das so... Und deswegen finde ich das geil. So... Also... Sowas... Total... Geiles. Wir haben hier die einzige Möglichkeit... Halt... Klar... Luftabwehren... Klar... Die eventuell ihm was tun könnten... Genau... Da sind die Luckys... Da... Darum geht es... Da... Um die Freunde hier... So... Einwandfrei gemacht... Schön vorgearbeitet... Weil... Guckt euch bitte die Truppen an... Die Truppen sind... In Anführungsstrichen... Ein Lacher... Wenn ihr das seht... Und guckt euch den Gegner an... Sagt ihr... Ja... Äh... Hm... Aber... Nein... Der... Aspartam... Aspartam... Wie... Wie auch immer... Auf jeden Fall... Cool... Äh... Hat es genau richtig gemacht... Und kann mit seinen Truppen... Einwandfrei umgehen... Einwandfrei... So... Einfache... Das... Das müssen wir uns geben... Das müssen wir... Genießen... Ja... So stelle ich mir das vor... Wenn ein... Kaffee... Da... Da unten brauchen wir jetzt nicht mehr weiter gucken... Logisch... Da ist ja jetzt gleich... Down... So stelle ich mir das vor... Wenn man... Komplett müde ist... Und dann als Kaffeetrinker... Einen Kaffee bekommt... Das... Ist... So... Genau... So... Und nicht anders... Richtig geil... So... Dann hier wirklich... Oh... Echt... Ganz ehrlich... Du hast meinen... Fetten Respekt verdient... Ganz klare Nummer... Du hast mit wirklich... Wen... Jetzt sind die Troops leider gekommen... Die CB Troops... Aber... Ich glaube... Das sollte kein Thema sein... Du hast noch einen Poison Spell am Start... Sind die in beide Richter... Ah... Das ist natürlich schade... Ich meine... Klar... Der Drache... Äh... Ist natürlich auch nicht einfach so weg zu giften... Ja klar... Logisch... Das macht... Das macht wirklich Sinn... Oh... Sehr geil... Das ist echt... Das... Für so etwas... Habe ich diesen Clan gemacht... Und... Ich habe mein Wort gehalten... Ich habe den Clan... Nicht komplett leer gemacht... Aber ich habe ihn erstmal wieder... Äh... Verfügbar für neue Nutzer gemacht... Also... Ihr könnt da wieder reingehen... Bitte... Bitte... Wenn ihr reingeht... Posten... Nicht irgendwas schreiben... Nur... Raid posten... Rausgehen... Das war's... Mehr bitte nicht... Das wäre... Super toll... Dann können nämlich ganz viele andere auch noch mit rein... Und... Posten... Und dann hoffen wir mal... Dass wir die meisten rein kriegen... Aber wie gesagt... Der... War... Fett... Der war richtig geil... Und du wusstest... Genau... Was... Du... Möchtest... Ganz genau... Einwandfrei... Also super... Daumen nach oben... Auf jeden Fall... Super geil... Ein richtig... Nice... 4K-Rate... Das... 5K-Rate... 6... Sind Sie... 4K-Rate... Send Sie... 5...